Hi Leute, PyroMod ist wieder am Start. Heute für euch die Panda Rocker. Das ist eine 25-Schuss-Batterie im Kaliber 20mm. Ja, eine Multi-Kulti-Batterie, äh Quatsch, ich meinte Multi-Effekt-Batterie natürlich, von Panda Feuerwerk. Ja, das ist halt ein schöner Mix, eine schöne Mix-Batterie und mir hat sie recht gut gefallen. Zwar viel Crackling mit drin, Papillonis und auch zum Schluss eine Fächersalve ist nicht schlecht, also für ca. 8 Euro und dafür finde ich sie wirklich recht gut. Viel Spaß! Zwar, 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 Zwar! Zwar, Zwar, Zwar! Zwar, Zwar, Zwar!